So Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed 3. Wir haben in der letzten Folge einige der Befreiungsmissionen gemacht und uns auch ein bisschen im südlichen Teil von Boston ausgeschaut. Unter anderem dort auch ein vorgesäubert und wir haben jetzt hier nochmal eine Sondermission für diese Befreiungssachen. Ich schätze mal so einen Abschluss für den Bezirk. Gucken wir uns das doch direkt mal an. Ich bin gespannt. Müssen ein bisschen aufpassen. Kriegsrecht. Wenn ihr euch aufeinander verlassen könnt. Ein fauler Apfel kann euch alle das Leben kosten. Ich will, dass ihr gut und lange darüber nachdenkt. Das ist einer der Verantwortlichen dafür. Diese Jungs einzuziehen und zu verschiffen. Müssen dem ein Ende setzen. Wie lautet dein Plan? Na, ihn töten, dann die anderen und die Jungs dann freilassen. Das ist ein guter Plan, doch nicht sehr detailliert. Wie gut bist du mit dem Gewehr? Ich kann einer Bisamratte auf eine Viertelmeile den Kopf wegschießen. Bei neun von zehn Versuchen. Das muss reichen. Gib mir von hier Deckung. Dann schauen wir mal. Oh, hier ist aber einiges los. Ja, sollten wir uns erstmal ranschleichen. Ja, perfekt. Sehr gut funktioniert. Und dieses Wurfseil. Gibt es auch wieder ganz wilde Animationen, wenn man mehrere Waffen da kombiniert. So. So. Wir Assassinen wollen Frieden durch Freiheit. Und die Templer? Sie wollen alles kontrollieren. Nun, ich bin für Freiheit. Das weiß ich sicher. Wenn euer Orden ein Gewehr braucht, nehmt mich auf. Und damit bekommen wir einen neuen Rekruten. Scharfschütze. Ah, das ist cool. Weil ich glaube, ich habe nämlich den einen Rekruten verloren. Er war, glaube ich, noch nicht breit. Das ist cool. Ah, nach diesen Missionen kriegen wir neue Rekruten. Dann sollten wir die auf jeden Fall öfters machen. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Gehen auch zur Hauptmission. Was haben wir denn hier? Schläger von Boston. Gibt es auch wieder Faustkämpfe. Gab es ja auch in Assassin's Creed 2 einige. Okay, so, jetzt lasst mich nochmal kurz hier in das Menü. Ah ja, doch jetzt. Der eine war nur verletzt. Okay, dann lassen wir doch mal. Können wir hier mehrere mal auf einen Auftrag schicken? Quebeck. Wenn wir euch beide reinschicken. Okay. Gucken wir mal. Sollte hinhauen. Oh, wie weit das weg ist. 400 Meter. Bezirk befreit. Kontaktperson rekrutiert. Ja, das ist ja cool, dass wir hier dann die ganzen Rekruten herbekommen. Okay, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wenn wir jetzt schon zwei haben, die müssen wir natürlich noch leveln. Das läuft dann ja immer über diese Mission, wie ihr es gerade gesehen habt. So eigentlich 1 zu 1, wie man es aus Assassin's Creed Brotherhood kennt. Und da habe ich das sehr gerne genutzt. Das war echt mein Lieblingsfeature in dem Spiel. Schön, dass es hier wieder mit drin ist. Ich weiß gar nicht, wie ist es in Assassin's Creed Revelations. Das habe ich ja noch nicht wirklich gespielt. Gibt es da auch so ein Bruderschaftssystem? Oder haben sie es da weggelassen? Ich kann es mir aber gut vorstellen, dass es da auch mit drin ist. War manchmal gerade bei den Zwischenteilen wurden auch mal Sachen weggelassen. Ja, okay. Ich sehe schon. Ach nee. Als ob der um die Ecke fliegt. Oh, fliegt der lang. Okay. Damit haben wir jetzt auch alle von den Seiten hier in dem Gebiet. Das war ja auch eine ganz schöne Kunst. Das war aber auch noch einer. Reihungsmission Auftrag. Können wir den schon starten? Hallo. Gucken wir mal. Oder wird er mir hier nur angezeigt für später? Wir sind halt immer überall wachen in den Straßen. Du kommst hier auch gar nicht dran vorbei. Okay. Ja, okay. Der sieht mich sofort. Super cool. Muss anonym werden. Boah. 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 dann halt so ja gut jetzt nicht die noch anlocken machst du nix wenn du einmal drin hängst da kommt als noch mehr alter lasst doch mal gut zählen wo ja gibt mir so einen schlag noch hinten rein jetzt war aber auch wirklich die ganze armee kurz alarmiert das ist dann auch ein bisschen übertrieben hier das habe ich auch noch nicht gehabt aber ja desto höher der fahrungsgrad desto fieser werden wahrscheinlich auch die gegner was ist jetzt hier mit dieser bürgermission war die hier nur zum spaß angemalt habe so das gefühl dass sie nur zum spaß angemalt war war auch noch so ein einmal nach wahrscheinlich erscheinen die erst wenn wir halt die ganzen sachen hier erledigt haben dann hätten wir aber auch aus boston schon drei rekruten das ist schon stark also wenn wir dann alles gemacht haben soll aber nicht hauptbestandteil der folge sein heute geht es wieder weiter mit der hauptmission wollen auch mal fertig werden mit sequenz 6 so das müsste jetzt auch einer der letzten gewesen sein ich bin mal gespannt was es mit diesen erfindung auf sich hat die wir dadurch freischalten müsste einer der letzten gewesen sein hier in boston ja und soviel glaube ich ist generell nicht mehr offen ja sie haben halt noch so ein paar attentats sachen im norden vor allem in dem nordbezirk aber hier ist eigentlich echt alles erledigt oder vielleicht steht das symbol einfach für eine abgeschlossen das kann ja auch sein weil die erste abgeschlossene mission die war in der hauptmission mit dem ersten rekruten das kann auch sein dann haben wir wahrscheinlich kriegen wir noch einen nordbezirk immer da alles machen einmal gucken ob wir heute noch hinkommen dann hätten wir boston schon ziemlich gut kliert die party jetzt wahrscheinlich die boston tea party welches signal mehr kann diese versammlung nicht zur rettung des landes beitragen dieses gentlemen sollen wir dann was ist denn los ich wurde den ganzen tag von einer verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen bevor ich nun weiter gehe will ich ganz genau wissen was ihr vorhabt natürlich zuerst begeben wir uns zu nathaniel bradleys haus um den rest der gruppe abzuholen dann gehen wir zu griffins wolf betreten die schiffe und versenken den tee so einfach einfach scheint etwas optimistisch kopfhoch connor heute nacht sind wir alle sieger die söhne der freiheit schicken eine botschaft nach england und du beraubst william johnson seiner geldquelle ein dorf ist jetzt sicher ich habe eine idee warum gehst du nicht voran dann stolpern wir nicht mehr in neue probleme ist noch mehr wachen wir müssen den zorn der menge zu unserem vorteil und sagt mir wie connor und ich sorge dafür ok ziel eliminiert gibt es irgendwelche nebensichtigkeit wenn wir jetzt einige rekruten ok wir sollen sie anscheinend einfach nur durchschlagen ok ah missed ok 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 so und gute nacht Soldaten! Okay, Teekisten ins Wasser werfen, 0 von 10, Rotröcke ins Wasser werfen, 0 von 3, Luftattentate mit Muskete, okay, das ist einiges, so, wo sind denn Teekisten? Okay, den haben wir schon mal, Rotröcke ins Wasser werfen, booms, zielt er? Boah! Wo soll ich die einfach so ins Wasser werfen? Okay, keine Ahnung, okay, da haben wir Teekisten, hier, da sind Teekisten, weg, weg, weg Weg damit Komm, den habe ich ins Wasser geworfen Okay, Rotröcke ins Wasser werfen Kann man die denn irgendwie festhalten? Okay, keine Ahnung, wie ich die Rotröcke ins Wasser werfen soll Und die könnte knifflig werden auf 100%, der eine ist auch schon tot Komm, den habe ich ins Wasser geknallt, was soll ich denn sonst machen? Du hast jetzt ins Wasser gefallen, das zählt aber auch nicht Na, gucken wir mal Kann ich die hier rüber werfen? Wunderbar Also Sequenz 6 hat schon wieder einige knifflige Missionen, wenn es um 100% geht Wobei ich hier einfach nicht checke, wie das zählt mit dem Überbord werfen von den Typen Kann ich die denn irgendwie festhalten? Wenn ich jetzt hier fest halte, zum Beispiel, ich nehme den jetzt, kann ich den werfen Das zählt ja auch nicht Okay, das verstehe ich nicht Oh, der Eine ist noch in der letzten Sekunde Haben sie ihn runtergeschmissen Okay, dann kriegen wir wenigstens nochmal eine Möglichkeit Weil ich verstehe nicht, wie man die Rotröcke über Bord wirft Das sind aber hier auch 30 Sachen gleichzeitig, die du hier machen musst, ganz ehrlich Erstmal hier mit anfangen Kämpfen können wir dann immer noch Ja 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 Aber wie soll ich die Rotröcke ins Wasser werfen? Das ist so unklar definiert Ich kann auch nicht viel machen, ich kann die RAM oder halt während dem Angriff irgendwie reinknallen Und beides zählt nicht sehr wirklich, guck das, zählt nicht Wenn ich jetzt den ihre Leichen hier rein werfe, bringt's auch nix Hm Hm Ah Gehen wir mal hier auf die Brücke Also das verstehe ich nicht Also nochmal genau lesen Rotröcke ins Wasser werfen, vielleicht meint das ja auch was anderes Das hier ist ein Rotrock oder der da Das sind eigentlich alles die gleichen Hm Naja Keine Ahnung was man da machen soll Also wirklich beim besten Willen nicht So der Jetzt sind zwei Manns Wasser gefallen, das wird mir aber auch nicht angerechnet Ja und der eine ist tot wieder Okay, was eine verwirrende Mission Also das ist einfach zu viel, das ist mir zu viel hier In einer Mission Okay, fangen wir wieder bei den Kisten an Ich glaub damit fahren wir am besten Das ist am einfachsten Das macht man schnell weg Na perfekt Na perfekt So alles weg, alles weg Jetzt so ein Ding holen Wie soll ich die über Bord werfen Jetzt mal wirklich Okay So die zwei, boah, die zwei Sachen haben wir schon mal Und Immer noch keine Ahnung Rotröcke ins Wasser werfen Vielleicht so Zählt auch nicht Was soll ich denn sonst machen Den da ins Wasser werfen Wahrscheinlich Also entweder zählt das hier nicht richtig oder So jetzt habe ich den mal ins Wasser Zählt auch nicht Also dann verstehe ich das nicht Also dann verstehe ich das nicht Gut, dann geht's halt nicht Dann ist es so So auch mal Mit aller Ruhe Ich verstehe nicht, was das mit dem ins Wasser werfen soll Also wenn das nicht ins Wasser werfen ist, dann weiß ich auch nicht Zack Ich kann mir schon vorstellen, dass es das ist, aber es fehlt halt nicht So Gut, wenn es nicht zählt, dann ist es halt so Vielleicht muss man irgendwas Spezielles machen Vielleicht mit diesem Ja, aber da habe ich halt nichts mehr Mit diesem Wurfding da Rotröcke ins Wasser werfen Gut, vielleicht kommt das später noch Weiß man nicht Gibt es ja auch manchmal Boah, der kriegt jetzt ein bisschen zu viel Action Oh oh Es ist vollbracht Böbel Gönnen 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 da guckt er blöd die party nee das war sie okay also verstehe ich nicht mit dem ins wasser werfen wie gesagt sequenz 6 hat komische optionale missionsziele oder welche die ich nicht immer nachvollziehen kann na gut und wir müssen anscheinend wieder ins grenzgebiet dann lasst uns doch zum ende der folge noch mal ein paar nebensächlichkeit machen gott warum ist das so weit weg ja da haben die herren doof geklotzt inklusive charles lee das sieht gut aus er ist halt episch das war gerade die boston tea party dann war der andere die andere mission dafür die auf vorbereitung ja das ist halt wie gesagt für mich auch eines der ganz vielen highlights in diesem spiel dieses historische diese geschichte die man ja vielleicht auch kennt rund um den unabhängigkeitskrieg das wird hier finde ich sehr gut aufgearbeitet und macht einfach ja was heißt spaß aber es ist halt super spannend zu sehen und das wie in fast keinem anderen assassin's creed würde ich sagen vom historischen klar ist er sind community hat auch einen guten fokus mit der französischen revolutionen ging es da oft nicht weit genug da hatte man wirklich so die wichtigsten sachen abgeklappert fehlte mir manchmal noch so der letzte schliff ansonsten black flag weiß ich nicht wie viel historisch da dran war eher weniger auch assassin's creed 2 und auch brotherhood hat es besser gemacht aber gerade assassin's creed 2 da war halt auch nicht immer so die historischen sachen im vordergrund klar die borgias die gibt es wirklich die partie aber ja auch da hat es mir manchmal ein bisschen gefehlt so von daher vom historischen aber gab schon andere spiele fand ich die besser waren aber schon sagen syndicate war historisch noch sehr sehr gut da war sehr viel mit drin so dann gucken wir ja mal kommen wir kaufen wieder karten das haben wir noch klunker karte kann man auch gut gebrauchen fallen wenn wir jetzt wieder ins grenzgebiet gehen dann kaufen wir halt die haben wir dann alles sitzen aus mit bürgermissionsgegenständen die sind noch gesperrt brauchsmaterial wo feiler so munition alles ein bisschen auffüllen die fall aber zum beispiel auch gar keine war alles gebrauchen wer weiß wofür sprengfallen köder sieht auch cool aus dann gucken wir noch mal ob wir vielleicht mal eine bessere schusswaffe bekommen normale waffen ist alles gesperrt da muss ich safe mal gucken wir haben sicher die pläne für die ganzen sachen stein tomahawk das assassin tomahawk ist natürlich das beste ja da werde ich auch nichts dran ändern sieht's mit feuerwaffen aus die salven pistole oder aber gar nicht mehr genug geld für so teuer ok ja komm dann kaufen wir noch ein paar karten weiß noch nicht was es mit diesen federn auf sich hat aber dann kaufen wir diese feder karten so und viel mehr werden wir uns da auch nicht leisten können aber das würde ich sagen schon mal ein guter startpunkt das sieht hier wieder diese fenster und alles da machen wir heute noch ein bisschen länger so ein paar nebensächlichkeiten wenn es eine ereignisreiche folge mit der boston tea party ziehe ich auch noch irgendwo ein auftragsmord muss alles noch mal abhaken wenn wir jetzt die boston erstmal wieder verlassen ich weiß nicht für wie lange das hat auch richtig cool gemacht ach guck mal ist direkt eine bürgerwehr mission die weiter bursche du kriegst die nicht bleib mal hier ist hier schon das ganz junge wird aber wieder zugelangt hier meine ich noch so eine auftrag hier war die hier ist auch ein klunker gut zu wissen aus dem weg wir müssen hier weg ich muss weg nein dann gehen wir erstmal zu dem klunker mist wo soll der sein gottes hier sonst wo 250 meter schwimmen nein gut hätte ich mir noch mal genau überlegen sollen ja teilweise selbst hier die boston map schon riesig das unterschätzt sich auch manchmal sieht irgendwie immer so winzig aus wo wenn man dann doch mal die ganzen wege abläuft ich habe zwar schon das gefühl dass boston jetzt nicht ganz so groß ist wie venedig oder florenz aber ich kann es euch auch nicht genau sagen sieht vielleicht auch daran dass die städte da ein bisschen dichter besiedelt waren in assassin's creed 2 keine ahnung hier das boston teilweise ich meine wenn man jetzt mal hier guckt das sieht jetzt nicht so viel aus so auf der gesamten map sieht das immer relativ überschaubar aus aber wenn du es dann mal abläuft ist halt auch nicht immer gut dadurch dass halt auch diese ganzen stäge und so die sind ja meistens nur von einer so ein bisschen wie eine einbahnstraße das heißt man kann ich immer so von a nach b direkt sondern manchmal muss man erstmal von a nach b dann wieder zurück weil es gar nicht anders geht dann kommen nehmen wir die sachen noch mit ich sehe auch glaube ich schon unser opfer dann machen wir ein bisschen längere folgen wieder mit erkundung nachts so einer krassen story ok nordbosten banden oder seit ans wasser geplumpst gibt es jetzt wahrscheinlich mal wieder keine pferde jetzt nämlich nie auf den stegen wobei ja ich muss mir auch mal mein status wieder abkaufen sonst wird es hier zu viel ja ich gucke nicht perfekt kommt dann machen wir noch mal weiter gehen wir wieder da hinten hin hoffen wir dass die mission wieder nachgespawnt ist das bringt ja auch nichts viel nicht viel lang zu laufen ich glaube das ist hier wirklich wirklich der steg wieder wo auch helfen empfangen wurde in boston war noch in der ersten folge ende der ersten folge war das so lange ist es schon her weiß sind wirklich wieder keine pferde links und rechts hatte ich gar nicht so in erinnerung dass ich hier so knausrig sind mit den pferden da steht 1 ich glaube ich glaube auch immer die gleiche route also es wird dann auch mal wieder zeit boston zu verlassen wirklich wortwörtlich also kings crown stimmt da kenne ich mich jetzt historisch gar nicht aus aber zu der zeit scheint ein könig und keine königin england regiert zu haben also ehrlich sagen ich kenne eher die königinnen queen elizabeth die erste die zweite queen victoria wüsste jetzt gar nicht wie der könig der briten zur zeit des unabhängigkeit kriegs hieß weiter schießen die einfach den gaul die die schweine an wach wach ja mit dem geld okay ich renne hier ein bisschen von problem zu problem immer noch ein attentat aber nützt ja nichts könnte auch sein dass wir langsam echt post verlassen um hier ist im sperrgebiet noch irgendwas befreien das ist ein fort also ein großes sperrgebiet kenne ich jetzt auch gar nicht na gut ich bin ja sehr entdeckt ich sehe nix hier irgendwie wieder gegen jeden so machen wir das durch nämlich gedacht dass er mich so einfach bekommt okay dann noch hier oben diesen einen auftrags attentat so ein bisschen über die aber ist halt schwierig hier sein bekanntheitsstatus zu verlieren weil wir wirklich wachen alle zwei zentimeter in jeder straße lauern oder eine auch auf drei kilometer spüren das macht es ja nicht immer einfacher was ist das hier für ein dach tschüss tschüss damit haben wir das auch erledigt und jetzt würde ich sagen haben wir noch was gibt mir mal ein bisschen hier inkognito ok naja wir haben noch ein paar haken wir das dann ab wo wir boston verlassen dann haben wir wirklich sehr gut meter gemacht ist hier noch so ein hinke bank guck mal der ist auch noch hier ist wahrscheinlich auch einer der letzten da ist noch einer zwei gibt es noch in boston dann hätten wir das auch alles haben wir wirklich wirklich gute arbeit geleistet und sind für die nächste folge echt startklar wo es auch immer hingeht wahrscheinlich erst mal wieder ins grenzgebiet oder zu achilles das sehen wir wenn es soweit ist ach und ich muss auch unbedingt meine rekruten weiter trainieren und schlafen die noch ein so schicken wir so mal nach massachusetts wo dies schwer zehn prozent und nenni 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 abbrechen die gehen drauf die ihn drauf das ist zu schwierig road island irgendwie mal was so hier mittelmäßiges 35 prozent 7 der zweite mann der gibt halt nicht viel hinzuge ist direkt super schwer perfekt steuerparadies naja da sind sie mir noch zu schwach für solche aktion machen was so dass die zwei weitere gelevelt werden und hier ist wieder ein sperrgebiet naja da ist naja da ist gleich hau ich richtig zu du schlägst dir wie ein mädchen red nur du wirst schon sehen was du davon hast nacht 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 Wenn man im Combat nicht so flawless durchmetzeln würde, was ja auch nicht immer passiert. Dass du dann halt auch immer gegen 40 Gegner kämpfen musst, hier gefühlt. Okay. So, raus mit dir. Und der Nächste. Wer möchte. Jetzt haben wir wieder gut. Ja, wir haben mal direkt wieder Fahndungsstatus. Wenn ich auch nicht loswerde. Na gut. Ach so, ich war nur gesucht in dem Gebiet. Okay. Sorry. Was hat's eigentlich mit dir auf sich? Das mach ich jetzt nicht. Auch jetzt, warum sind die direkt alarmiert? Ah, nee. Komm mal her. Was? Ja, das Ding auch einfach mit der blanken Faust abschlägt. So ein Metallschluss. Connor. Connor ist einfach Brute Force. Okay, und dann hatten wir noch den Pokal hier. Okay, Freunde, dann würde ich sagen ist das doch ein guter Abschluss für die heutige Folge. Sehr ereignisreich. Boston Tea Party und noch einige, einige Sachen hier in der Open World. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt gerne den Kanal mit einem Like, Kommentar, Abo und schaut auch gerne in die Videobeschreibung in den ersten Link. Da könnt ihr Kanalmitglied werden und könnt den Kanal direkt unterstützen. Also, wenn es euch gefallen hat, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.